Das weiß ich, da erkennt man es an den Farben und ein bisschen an der Form. Italien, genau richtig und es geht zu Dusan Flawic, Ex-Club, zum AC Florenz. Wie die Lilien, so eine schöne Form. Wieder ein Verein, den ich schon mal genannt habe, ganz am Anfang des Videos, genau Frankreich, denn das ist jetzt Olympique Marseille, wo ich gesagt habe, PSG ist jetzt Olympique Marseille. Marseille, schönes Logo von Marseille.